Mein Name ist Athanasia Siegl-Herz-Jörnow. Ich unterrichte aktuell am Bernoulli-Gymnasium, bin ursprünglich Architektin, die quer eingestiegen ist in die Schule und freue mich jetzt in den künstlerischen Fächern tätig zu sein, also bilderische Erziehung, technisches, textiles Werken, Architektur und Mathematikbegabtenförderung. Ich bin von Anfang an bei Erasmus Plus bei uns an der Schule dabei und habe es mit initiiert an diesem Standort. Warum ich das mache, ist es eine enorm bereichernde Erfahrung mit den Jugendlichen und im Austausch mit anderen Schulen aus ganz Europa zu sein und vor allem sie auch vor Ort kennenzulernen, ebenso wie die Kultur vor Ort und die Feinheiten im täglichen Leben. Es macht viel Freude. Für mich persönlich ist vor allem vor Ort das Eintauchen in das Leben, in die Kultur, an anderen Orten, in anderen Gemeinschaften wesentlich, weil es ein Unterschied ist dabei zu sein, mittendrin zu sein oder nur von außen davon zu hören. Das ist nicht dasselbe. Und auch das persönlich kennenlernen einzelner Individuen und das sind dann Beziehungen und auch Einblicke, die fürs Leben bereichernd sind. Das Besondere daran ist zu sehen, mit welcher Leichtigkeit die Jugendlichen kommunizieren. Also wenn sie vor die Aufgabe gestellt sind, in einer Sprache reden zu müssen, die sie nicht beherrschen, finden sie sofort andere Wege und andere Möglichkeiten und sind sich einfach einig und das macht wirklich Freude da auch dabei zu sein bei diesem Prozess. Also in der Zusammenarbeit mit den anderen Schulen gibt es ja zunächst einmal die Distanz zu überwinden. Das haben wir ja jetzt nicht erst bei der Corona-Krise gelernt, dass es über den digitalen Weg läuft. Das war bei Erasmus schon davor der Fall. Also da gibt es ja dieses Format mit E-Twinning. Nur jetzt fällt es bedeutend leichter, weil alle das jetzt schon gewohnt sind im Umgang mit Videokonferenzen und im Austausch, schriftlichem Austausch, im Rahmen dieser elektronischen Medien. Und im Prinzip hat Erasmus das vorher schon gezeigt, das geht leicht. Und man arbeitet tatsächlich auch in interdisziplinären Teams miteinander und erzeugt Produkte, die man dann zum Beispiel bei den Mobilitäten bei den Treffen vor Ort einander dann vorstellen kann. Also es ist ein abwechselndes digital und real arbeiten. Also hier im schulischen Kontext einerseits haben wir räumlich darauf reagiert, also eben Restflächen aufgewertet, indem wir sie zu einem Erasmusecke umgebaut haben, gestrichen haben während des Lockdowns, die Kollegen zusammen getrommelt haben und auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis hatten. Der Ort selber ist natürlich auch aufgewertet dadurch, präsent im Alltagsleben. Und dadurch, dass wir dieses auch gelebte Gefühl Europa in uns tragen, die Teilnehmer, ist es auch schön und leicht, das weiterzugeben. Einerseits, weil man eben das auch immer wieder sieht, präsent ist im Alltagsschulleben. Und andererseits, was man selber erlebt hat, kann man auch weitertragen und vor allem auch die Begeisterung dafür gut weitergeben. Wenn es jetzt um diese Erasmus Days gibt, es ist eine extrem gute Gelegenheit, dieses Programm noch mal breiter bekannt zu machen, weil gerade zum Beispiel bei uns im Schulhaus, wir hatten eine Europa-Ausstellung dann im Haus und haben das an dem Tag präsentiert. Und das heißt, es ist eine niederschwellige Gelegenheit, dass alle Schüler einfach beim Vorbeigehen das noch mal aufschnappen. Also auch die, die bisher noch nicht involviert waren in dem Projekt, kriegen dann mit, da tut sich was und das ist spannend und da schauen wir noch mal genauer hin. Außerdem eine gute Gelegenheit tatsächlich auch das Fachwissen dahinter, also die Strukturen, die dem Ganzen zugrunde liegen, auch bekannt zu machen. Ja, und es sei allen geraten, sich in irgendeiner Form daran zu beteiligen, weil es auf jeden Fall gewinnbringend ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.